Sie suchen einen Arzt, die Öffnungszeiten des Rathauses oder das Programm der VHS? Klar, das können Sie alles googeln und von einer Seite zur anderen surfen. Oder Sie finden alles auf einmal in unserer Bürger-Informationsbroschüre, die zum Beispiel im Rathaus oder an weiteren öffentlichen Stellen für Sie bereit liegt. Darin finden Sie wichtige und nützliche Informationen über das Leben und das Angebot in Ihrer Gemeinde, Stadt oder Ihrem Landkreis. Und wenn Sie doch lieber surfen wollen, die Broschüre finden Sie auch auf total-lokal.de sowie viele weitere Beiträge über Regionen und Kommunen in ganz Deutschland.